Marrakesch, 13.November. Danke fürs Fax, jetzt weiß ich alles. Mein Chauffeur wird Sie am Flughafen abholen mit einer Tafel und Ihrem Namen. Bitte können Sie mir Folgendes besorgen. Für die Küche haltbar Schlagobers. Für den Hund gibt es Ochsenfleisch-Striemen getrocknet. Für mich Zigaretten Philipp Morris 1. Diese speziellen Eins gibt es in Marokko leider nicht. Und bitte, ich bestehe darauf, Ihnen das hier zurückzuzahlen. Mein richtiger Name ist Frau von Bohlen und Hallbach. Und ich bin die Henriette Auersberg. Der einen Seite ist von Bohlen und Hallbach der Name vom Arndt gewesen. Grupp von Bohlen und Hallbach, der Arndt war der letzte Grupp. In Österreich sind ja die Titel abgeschafft worden. Aber deshalb bin ich trotzdem eine Prinzessin. Das ist ja so, das ist ja kein Name, sondern das ist ein Zustand, wollte ich schon sagen. Der Arndt hat mir das Haus geschenkt und ich muss diesem Haus jetzt eine Funktion zuteilen. Nachdem vom Erbe, vom Arndt nichts übrig geblieben ist. Jetzt das Einzige, was mir übrig bleibt, ist das Haus. Jetzt haben Sie gesagt, dieses Haus kostet Sie im Jahr mindestens 100.000 Mark. So viel Schmuck kann man doch nicht haben. Oh ja, so viel Schmuck kann man haben. Ich habe den Arndt zehn Jahre gekannt, bis wir geheiratet haben. Ich habe ihn einmal gebeten, dass er für mich einen Job suchen soll. Und er hat immer gesagt, dann heirat mich doch, das wäre doch ein Job. Wir sind gute Freunde gewesen. Kameraden, oder wie man das nennt. Einen guten Kameraden heirate ich nicht. Wenn ich 36 bin und der gute Kamerad mich seit zehn Jahren anfleht, ob ich ihn heiraten sollte, ja, warum denn dann eigentlich nicht? Und einen guten Kameraden würde ich jeden Tag wieder heiraten. Was soll denn die große Liebe? Schauen Sie, wie die großen Lieben enden. Nach zwei, drei Jahren sind die Illusionen weg. Der Sex hat sich ausgesext und der gute Kamerad, der bleibt ein guter Kamerad. Ich bin in Kitzbühel gekommen, wo ich 13 Jahre alt war. Wenn es eine Heimat für mich gibt... Das ist Kitzbühel. Das ist jetzt unser Familiengrab am Kitzbüheler Friedhof. Ich bin eigentlich ganz sicher, dass es etwas gibt nach dem Tod. Ich glaube auch wirklich, dass der Tod nicht so das Tod und Aus, das glaube ich sicher nicht. Auf dieser kurzen Spanne von Zeit, die wir auf der Welt sind, sind wir bestimmt da, um irgendetwas zu erfüllen. Ich bin überzeugt, dass am Ende ein großes Puzzle zusammengeht. Und dann gehen wir wieder weg und womöglich kommen wir wieder. Das wird man sehen. Irgendein österreichischer Sänger hat ein Lied gesungen, das liebe ich. Ich sagte, was ist es, wenn nichts ist, wenn nichts ist, dann ist nichts. Das ist auch wahr. Weil was, wenn nichts ist, dann ist nichts. Aber dann ist auch nichts, dann wissen wir es auch nicht. Das war es. Bis zum nächsten Mal.